Der Juli 3-in-1 Kinderwagen. Komfortable und stilvolle Gondel, die in einem Kinderwagen umgewandelt werden kann. Zu Fuß nur in bester Gesellschaft. Ich, mein Baby und der Kinderwagen Juli. Plus alles, was wir brauchen werden. Mit Juli wird auch in einem Slalomfahrt kein Problem sein. Und wir überwinden schwieriges Gelände mit Leichtigkeit. Zügiger Stopp und genauso zügiger Start. Und die Kälte erstreckt uns nicht, da wir den Fußschutz auf zwei Arten zumachen können. Um den Griff oder mit Knöpfen am Ball dahin. Und wenn es regnet, setzen wir die Regenschirps auf. Im Set sind Adapter für Autositze enthalten. Es ist einfach für einen kurzen Spaziergang aus dem Auto zu springen. Und bequem. Auf jeden Fall. Die Schutzabdeckung schützt das Kind und gibt ihm innere Ruhe. Und wenn ihr Kind älter wird, ich wandle die Gondel in den Kinderwagen um. Was für ein Platzersparnis. Wir machen Gurte zu und brechen sicher auf. Bequem für das Baby und für die Eltern. Und vielleicht kann es sogar bequemer werden. Vom Kinderwagen kann man die Mama sehen oder die Umgebung bewundern. Zwei Einstellungen zur Auswahl. Aber die Mutter hat immer das Auge auf ihr Kind. Während des Spaziergangs wird sich das Kleinkind bequem ausruhen. Und wenn ein Fleck entsteht, können wir ihn schnell entfernen. Juli hat einen doppelten Schutz vor dem Zusammenklappen. Und wenn wir es anwenden wollen, ganz einfach. Juli ist ein super Begleiter für lange Jahre.